Und noch eine neue Lok an sich. Ja gut, hier wird immer mehr los sein. Auf den RB4, 69 Leute. Das ist gut. So, was wollte ich jetzt gucken? Achso, welcher Zug noch betroffen ist. Ähm, der RB1. 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 Was hast du aktuell für Züge? Lieber RB1. Ah, stimmt, der hatte die Diesel-Loks hier mit den Anhängern. Gut, was könnte ich da jetzt für Züge drauf tun? Neu sind jetzt natürlich... Ach, das sind Diesel-Loks. Perfekt, die sind neu. Oh, super. So, da kommen die zusammen mit den Intercity-Wagen. Auch wenn das vielleicht jetzt nicht ganz so Sinn macht, die Intercity-Wagen da drauf zu hauen, aber... Da könnte ich aber auch... Ne, warte mal. Die kann 210 fahren. Wie schnell könnt ihr fahren? 160. Ähm, genau. Da mache ich das dann so. Da sage ich jetzt RB1. Ähm, Fahrzeugersatz. So, kommt vorne hin diese Lok. Und hinten dran 1, 2, 3, 4 von den Wagen. Damit es schön aussieht. Mach mal 4. Und sagen bei 25%, damit sich auch jeder Zug tauscht. Ich will mal dann hier gleich mal zugucken, wie er sich tauscht. Ja, die Gleise hier, die zwei, sind auch eigentlich eher sinnlos gebaut worden von mir als... ...sinnvoll, dass sie irgendwas bringen. So. Und schrubb. Haben wir den neuen Zug. Den gucken wir jetzt natürlich gleich bei der Ausfahrt zu. Aber hier haben wir sogar noch die ganz alten Signale. Ist ja auch witzig. Und das haue ich mal kurz hier unten hin, damit es nicht ganz so auffällt. Die Lok sieht ja mal witzig aus. Was haben wir denn da für eine schöne? Herausgefischt. Ja, das sieht doch mal cool aus. Da hinten die Intercity-Wagen dran. Auch weil es vielleicht nicht ganz so real ist, auf der Strecke den Intercity-Wagen fahren zu lassen. Aber... Das ist ja jetzt auch nicht ganz so wichtig. Döööö. Achso, ja. Wollte ich gerade sagen. Irgendwo muss doch der nächste Zug sein. Was ich cool finde, dass die halt hier so langsam über die Brücke fahren. Das finde ich ist aber noch so ein Fact. Äh, so ein Fact. So ein Fakt. Der macht das Ganze hier irgendwie noch cooler. So, hier gibt es gar keine Zig... Ja, doch. Da. Sind sie noch. So, machen wir das Ganze dann auch mal schnell. Manchmal gucken, wann der dann... Ist nur noch der eine. Den picke ich mir mal ganz kurz ab. Da picke ich ihn mir raus. Nicht picke ich ihn mir ab. Obwohl ich weiß, wann der da ist. Obwohl ich auch weiß, wann der dann... Äh... Hier fertig ist. Kann ich dann nämlich hier wieder alles rausnehmen. Das hat er sich getauscht. Schwupp, 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 schwupp. Da kommen sie wieder. Die schönen Züge. Ja. Gut, 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 gut. Wo wollte ich als nächstes mal hin? Hier oben, das läuft jetzt hoffentlich. Wie viele fährst du jetzt schon? 22. Das ist ganz gut. Wie viele hast du mit? 17. Das ist auch ganz gut. Und wie viele wirst du jetzt mitnehmen? Du bringst erst mal 3. Das war noch nicht so viel. Und nimmst 11 mit. Ja. Ich denke mal, die Linie kommt dann erst noch so richtig in Schwung. Das braucht aber noch einen Moment. So, was ist denn eigentlich der nächste Zug? Der... Ja, der Güterzug. Der kann noch ein bisschen seine Rundenfahrt. Der RB2 wäre dann der nächste, der ausgetauscht werden müsste. Aber ich überlege nämlich, ob ich das gleich mache. Schon mit. Weil diese Triebwagen, die wir hier unten bekommen haben... Die hier sind nämlich eigentlich ganz nett. Finde ich. 130 Passagiere. Da reicht einer. So draufschicken und dann läuft der erst mal. Wie viele Betriebskosten hatten der? Eine Million pro Jahr. Ich glaube, die haben hier, denke ich mal... Also nett, der nicht. Ich brauche mal eine RB2er. Danke. Finanzen oder Details. Betriebskosten. Äh, 1,0... Ja gut, das nimmt sich eigentlich fast gar nicht. Die 1,04 Millionen gegen 1 Million im Jahr. Das ist eigentlich fast nichts. Gut. Kann ich dann hier unten vielleicht noch die Zuglinie bauen nach hier drüben? Dass das Zug-Technik dann auch abgeschlossen ist hier unten in Gjowik. Dass die dann auch ihren Bahnhof haben, ihren Zug. Da kann ich eigentlich... Hier würde es glaube ich reichen, wenn ich da nur eine Bahn fahren lasse. Das mache ich glaube ich hier unten auch. Ja. Genau, da kommt hier so schön mitten rein der Bahnhof. Wenn es geht von Beschaffenheiten her. Wieder so ein schöner Endbahnhof. Eigentlich... 160 Meter sollten reichen. Ähm... Sackbahnhof. Ah, das ist dann... Ah, hier ist schon besser. So... Pause. Schön machen. Vorhin nichts Schöngemachtes wird nicht weitergearbeitet. Erst muss alles schön sein, dann kann weitergearbeitet werden. Da kann ich ja auch meinen... Bahnhof hinsetzen. Sieht zwar jetzt etwas geschossen aus, wie der hier drin sitzt, aber... Oberleitung ja. Hätte ich gerne. So, wo muss ich hin? Ich muss hier oben lang am besten. Am besten hier oben lang. Noch sieht es ganz gut aus. Und das wird auch weiter, denke ich, mal gut aussehen. So, an welches Gleis gehe ich denn am besten hier ran? Der geht auf das zu, also muss ich hier die zwei nehmen. Sind ja auch nur zwei zur Verfügung. Was frage ich da eigentlich so doof? Sind zwei da, also kann ich auch nur die zwei nehmen. Logische Erkenntnis. So, dann nehme ich dich jetzt einfach mal ganz nett mit hier runter. Hoppala. So wollte ich das haben. Kommt hier noch eine schöne Kreuzweiche hin. Diesmal ist es sogar geeignet dafür, wer hätte es gedacht. Ich wollte diese Schrecke eigentlich nur eingleisig machen, fällt mir gerade ein. Ich bin doof. Aber da ich den Zug ja hier weiterfahren lassen wollte, wie ich hier gerade sehe, ist das, denke ich mal, auch gar nicht mal so doof, dass ich das gemacht habe. Da reicht es jetzt erstmal, wenn ich von, weil ich möchte den ja irgendwann noch bis hier Jesheim durchziehen. Da ist das gar nicht mal so dämlich. So. Neue Linie ist dann der RB8 von, nicht von Tronsberg, machen wir es mal andersrum, machen wir es mal von, äh, Gjauweg nach Tronsberg. Da kann man nämlich noch erweitern. Ohne Probleme dann. Du bist Gjauweg Tronsberg, Gjauweg. Achso, ja, erstmal RB8 wäre ganz gut. RB8. Äh, Gjauweg bis Tronsberg. Und das kann ich eigentlich auch wieder dunkelblau machen. Ah, dunkelblau nicht gleich. Dunkellilablau, weil der andere RB2 müsste das sein, richtig? Steinklertrom, so, das ist falsch. Der fällt bis Tronsberg. Mensch, nichts ist hier richtig beschriftet, das geht gar nicht. Das geht ja mal gar nicht. So, und dann hauen wir hier die netten, kleinen, lustigen, äh, Dinger drauf. Schub, 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 es geht. Ah, perfekt. Dann klonen wir dich nochmal. Und schicken dich auf die RB8 erstmal. Ja, so sieht das ganze Ding dann aus. Etwas länger. Aber das stört ja nicht. Im Gegensatz, das sieht ja eigentlich auch nur noch viel schöner dann aus. So, und der darf jetzt, das ist glaube ich so eine Art S-Bahn, wenn ich mich ganz irre. Ja. Kein Weg elektrisch nach Friedrichstag, das frage ich mich jetzt warum. So, was gibt's Neues? Für coole Sachen. Das sieht erstmal aus wie ein Bus, genau. Und ein bisschen Lok und ein bisschen Wagen. Ja. Kein Weg elektrisch. Wieso kein Weg elektrisch? Aber wahrscheinlich ist der Bahnhof nicht elektrisch. Richtig. So, auf welches Gleis fährst du jetzt auf das da? Gut. Warten auf freie Wege. Das darfst du jetzt natürlich nicht mehr. Jetzt darfst du in den Bahnhof reinfahren. Darfst warten auf deinen Freund, bis er dir wieder entgegenkommt. Hu 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 hu. Der Bahnhof hat keine Straßenanbindung. Das sollte sich schleunigst ändern. Damit die Leute auch zum Bahnhof hinkommen. Wäre schlechter, wenn nicht. So, jetzt warte ich noch, bis der da ist. Dann kann ich auch meinen zweiten Zug losschicken. Das sieht dann auch ganz gut aus. So. Jetzt muss der nur noch losfahren. Dann kann ich hier den auch losfahren lassen. So. Ihr kriegt euch dann irgendwie schon ein. So, gab es hier irgendwie einen Stau? So, dass meine Züge hier nicht mehr ankommen. Sieht so aus. Wobei, ne. Die sind nur schon etwas früher gefahren. Ich habe mich schon gewundert. Wann kommt denn endlich da unten einer? Ich höre ja gar nichts. Ich sehe nichts. Ah, Tronsberg macht noch ein bisschen mehr Minus als Kjowik. Kjowik hat sich da gerade schon wieder ein bisschen gefangen. Aber, ich verstehe nicht warum. Ihr kriegt doch eure Güter. Kriegt ihr viele Güter? Ne. Ihr kriegt eben nicht viele Güter. Die Leute müssen mal mehr produzieren. Wie sieht es hier aus? Ihr seid ungefähr fast abgedeckt. Und hier. Naja, nicht wirklich. Und da habe ich ja auf den LKW-Linien schon einen ordentlichen Takt eigentlich. Nur 20 Sekunden. Das geht eigentlich voll. Ich weiß jetzt nicht, was da das große Problem ist. Naja. Sie wollen es mir ja nicht sagen. Aber das kommt bestimmt noch irgendwann. So. Was ist jetzt los? Achso, der blockiert noch. Der hat noch blockiert. Jetzt ist die Sache. Wer fährt zuerst? Er fährt zuerst. Gut so. Weil der hat den längeren Weg. Also darf der auch eher fahren. Aber ich muss hier dann doch noch so ein Signal hinsetzen. Weil jetzt kommen die nämlich direkt parallel. Und das ist auch wieder nicht schön. Dafür muss ich mal noch eine Lösung suchen eventuell. Wobei. Ist eigentlich egal. Das ist Güterzüge. Wir haben so viel Geld. Wenn die ein bisschen Minus machen. Das ist eigentlich. Fast schon egal. Ist genauso wie hier oben. Der Friedrichstag Güterzug. Der macht auch mehr Minus als das er Plus macht. Aber der hat halt Stil. Dem kann ich auch mal noch eine neue Lok geben. Der ist elektrisch. Ja, der ist elektrisch. Da tausche ich den mal aus. Der sollte ja sowieso ausgetauscht werden. Fahrzeugersatz. Fahrzeug wählen. Welche Lok nehmen wir da? Welche nehmen wir da? Welche nehmen wir da? Wir nehmen am besten die... Ähm... Wie viel Zugkraft hast du? 300. 240. Wie viel hast du? 400. Ich nehm trotzdem die. Und als Wagen können wir durchaus mal hier so die Autozüge nehmen. Fügen wir die einfach mal hinzu. Äh... Schwupp, schwupp. Das sollte reichen. Das ist halt ein kurzer Autozug. Das ist halt nur ein kurzer Autozug. So lange ist der ja bisher auch noch nicht gewesen, der Zug. Der darf jetzt sogar länger werden. Ja. Ich fehle aber ein Stück länger. Äh... Übersicht. Noch mal auf die Linie. Huch, nein. Ich wollte auf die Linie. Äh... Fahrzeugersatz nein. Und schwupp, 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 schwupp. Das wäre jetzt mal interessant. Die sind ja als Triebwagen deklariert. Können die auch alleine fahren. Das wäre jetzt witzig. Wenn ich so einen jetzt auf die Linie schicken könnte. Äh... Friedrichstag. Weg zur Haltestelle kann nicht gefunden werden. Ich glaube, auf der anderen Seite habe ich sowas. Ähm... Ja, jetzt probieren wir das doch mal. Weg zur Haltestelle kann nicht gefunden werden. Okay, schade. Klappt nicht. Wäre auch zu schön gewesen, wenn das funktioniert hätte. Joa. Hast du schon ein paar Leute, die du mitnimmst? Nach drüben. Sieht schlecht aus. Ja, drei Leute. Gut. Äh... Ist jetzt noch nicht ganz so viel. Und hast du schon Leute, die du mitnimmst? Lieber Zug. In die andere Richtung. Du hast schon zwei Leute, immerhin. Und es wartet schon wieder einer. Ja, dann muss ich dann nochmal eine Zug-Lie... Quatsch, eine Bus-Linie bauen. Die dann da runterfährt. Aber das Ganze kann ich dann... In der nächsten Folge mal machen. Beziehungsweise ich werde es in der nächsten Folge dann machen. Von daher... Werde ich jetzt hier mit diesem schönen Bild... Die Folge verab... Äh... Die Folge verabschieden und euch beenden. Genau. Die Folge beenden und euch verabschieden. Also bleibt mir eigentlich nur so zu sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und tschüss, schönen Tag noch. Und bis zum nächsten Let's Play. Das ist eine Lüge.